Mit den Karouche-Kuntaka-Bedingungen lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen Aussagen über die Lösbarkeit von solchen Optimierungsproblemen hier treffen. Manchmal findet man damit sogar die Lösung selbst. Wie jetzt die Karouche-Kuntaka-Bedingungen direkt am Beispiel aussehen und wie du strukturiert damit arbeiten kannst, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Wo jetzt genau diese Karouche-Kuntaka-Bedingungen herkommen und welche genialen Aussagen man damit über die Lösbarkeit von solchen Optimierungsproblemen treffen kann und welche Voraussetzungen noch dazugehören, das haben wir uns alles im letzten Video angeschaut. Jetzt wollen wir mal direkt an einem Beispiel die dazugehörigen KKT-Bedingungen herleiten und möglicherweise sogar dieses Problem direkt lösen. Gegeben ist eine Funktion x plus 5y. Diese Funktion soll minimiert werden. Also wir suchen jetzt die xy-Werte, bei denen diese Funktion minimal wird. Aber zugelassen sind nur die xy-Werte, die zusätzlich noch solche Restriktionen hier erfüllen. Die erste Restriktion besagt, dass alle xy-Werte auf einer Kreisscheibe vom Radius 5 liegen sollen. Hinten immer Radius zum Quadrat. Aber zusätzlich sind nur die y-Werte erlaubt, die maximal minus 4 groß sind. Das bedeutet, unser zulässiger Bereich wird durch zwei Ungleichungsrestriktionen beschränkt. Wir haben zwei h's, h1 und h2. Aber wir haben keine Gleichungsnebenbedingungen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, aber das ist doch dann eine stark vereinfachte Form. Ist das hier überhaupt repräsentativ für alle anderen Aufgaben? Und ich sag dir ja. Es ist gut, dass wir keine Gleichungsnebenbedingungen haben. Die würden nämlich die Aufgabe nur einfacher machen. Hätten wir Gleichungsnebenbedingungen, dann könntest du in den meisten Fällen nach einer der beiden Variablen auflösen und dann einfach in das restliche System einsetzen. Und schon wäre nicht nur eine Variable verschwunden, sondern auch gleich wieder diese Gleichungsnebenbedingung. Manchmal, wenn man es eben nicht umstellen kann, in den seltensten Fällen, dann lässt sich so eine Gleichungsnebenbedingung immer noch zerlegen in zwei von solchen Ungleichungsrestriktionen. Also im Endeffekt lässt sich das immer wieder auf so ein Problem hier zurückführen. Und deswegen schauen wir uns das hier exemplarisch an und werden davon jetzt zusammen diese KKT-Bedingungen bestimmen. Los geht's. Die ersten beiden KKT-Bedingungen sichern ab, dass unser Problem primal zulässig ist. Siehst du das? Wir schreiben einfach nur nochmal unsere Gleichungs- bzw. Ungleichungsrestriktionen ab nach ist gleich 0 bzw. nach kleiner gleich 0 umgeformt. Also sollte irgendwas vorkommen wie ist gleich 5, dann würdest du die 5 auf die andere Seite ziehen. Das da steht ist gleich 0. Oder sollte hier ein größer Gleichzeichen stehen, dann würdest du diese Ungleichung mit minus 1 multiplizieren und dann eben noch nach 0 umstellen. Wichtig, dass es wirklich genau diese Gestalt hat. Also erste Bedingung ist, die Gleichungsnebenbedingungen nochmal aufzuschreiben. Da wir aber keine Gleichungsnebenbedingungen haben, streiche ich das einfach mal weg. Die zweite Bedingung ist, dass wir die Ungleichungsrestriktionen nochmal aufschreiben. Und zwar nach kleiner gleich 0 umgestellt. Sprich, hier müssen wir noch die 25 rüberziehen und hier die minus 4. Das war es dann aber auch. Und sobald wir das getan haben, nennen wir diese Ungleichungsrestriktionen, ja ich nenne die jetzt mal h. Andere nennen die g, die vertauschen das, aber das macht jeder wie er möchte. h2 wäre dann y plus 4 kleiner gleich 0. Also nochmal wichtig, es heißt nur dann h, wenn hier hinten steht kleiner gleich 0. Ansonsten heißt die Funktion nicht h. Alles klar, die dritte Bedingung. Das ist die Gradientenbedingung. Dafür brauchen wir einfach nur alle Gradienten von jeder nur möglichen Funktion. Wir brauchen den Gradienten unserer Zielfunktion von f. Also wir müssen unsere Zielfunktion nach x partiell ableiten und nach y. Wenn wir es partiell nach x ableiten, kommt 1 raus. Wenn wir es partiell nach y ableiten, kommt 5 raus. Jetzt der Gradient von unseren Gleichungsnebenbedingungen. Okay, da wir keine haben, brauchen wir auch keinen Gradienten aufschreiben. Und zu guter Letzt noch den Gradienten unserer Ungleichungsnebenbedingungen. Also Gradient von h1. Also wenn wir diese Funktion hier nach x ableiten, das ist 2x. Und wenn wir sie nach y ableiten, 2y. Und noch den Gradienten von h2. Also wir leiten diese Funktion nach x ab. Das ist 0, kommt ja kein x drin vor. Und wir leiten sie nach y ab. Da kommt gerade 1 bei raus. Und jetzt ist die Vorbereitung für den dritten Schritt schon abgeschlossen. Beziehungsweise das war schon fast der gesamte dritte Schritt. Hier oben steht ja nichts anderes als der Gradient von f plus Lambda mal dem Gradienten von g. Da es aber keine Gradienten von g gibt, gibt es auch keine Lambdas. Und zu guter Letzt noch µs. µ1 mal dem Gradienten von h1. Und µ2 mal dem Gradienten von h2. Und am Ende muss 0 bei rauskommen. Ich habe hier zwar nur 0 hingeschrieben, aber gemeint ist immer der 0-Vektor. Das hier sind zwei Gleichungen. 1 plus µ1 mal 2x plus µ2 mal 0 gleich 0. Und dann noch die zweite Gleichung, die untere hier. 5 plus µ1 mal 2y plus µ2 mal 1 ebenfalls gleich 0. Die werden uns gleich noch weiterhelfen, auf die Lösungen zu kommen. Die sind wichtig. Die vierte Bedingung, die darfst du auch nicht vergessen, ist wahrscheinlich die am wenigsten intuitive, aber unbedingt wichtig, denn ohne die haben wir keinen KKT-Punkt. Alle Multiplikatoren, die vor den Ungleichungsrestriktionen stehen, also µ1 und µ2, die müssen alle größer gleich 0 sein. Solltest du noch Gleichungsnebenbedingungen haben, die haben ja als Multiplikator Lambda, die haben keine Einschränkung. Die dürfen positiv, negativ sein, also jede reelle Zahl annehmen. Wichtig nur die Multiplikatoren von diesen Ungleichungsrestriktionen. Nur die müssen größer gleich 0 sein. Nennt man die duale Zulässigkeit. Und zu guter Letzt haben wir noch die Komplementaritätsbedingungen. Und zwar muss gelten, dass jeder Multiplikator multipliziert mit der jeweiligen Ungleichungsrestriktion gleich 0 ergibt. Das sichert uns nämlich, dass wir entweder ein Extremum im Inneren haben oder am Rand. Aber wie gesagt, lass uns das an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, sondern so sehen eben die KKT-Bedingungen aus. Wir haben alle natürlich auch einen Grund, hat sich nicht einfach frei Schnauze ausgedacht. Also µ1 mal H1 muss 0 ergeben. Und µ2 mal H2. Also Y plus 4 gleich 0. Wenn wir jetzt noch all diese Gleichungen hier auflösen und alle Punkte bestimmen, sodass wirklich alles hier erfüllt ist, dann haben wir einen KKT-Punkt bestimmt. Die Vorgehensweise ist immer gleich. Du beginnst mit deiner fünften KKT-Bedingung. Denn das ist immer ein Gleichungssystem in faktorisierter Form. Sprich, es fällt uns ziemlich einfach herauszufinden, welche Faktorkombination denn jetzt 0 sein muss, damit dieses Gleichungssystem erfüllt ist. Und all diese verschiedenen Fälle, all diese Faktorkombinationen, bei denen dieses Gleichungssystem erfüllt ist, die wirst du danach jeweils hier in deine Gradientenbedingungen, also in diese beiden Gleichungen einsetzen. Und da wir insgesamt vier Variablen haben, XY, µ1, µ2 und auch genau vier Gleichungen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir sogar eine eindeutige Lösung bei rausbekommen. Aber egal, selbst wenn wir unendlich viele Lösungen raus haben, es sind nur die erlaubt, die primal zulässig sind, also hier unsere Restriktionen erfüllen, und die dual zulässig sind, also bei denen die zugehörigen µs, also die Multiplikatoren von den Ungleichungsrestriktionen, alle positiv sind. Darauf bitte achten. Also diese Gleichungen hier musst du erfüllen, aber zugelassen sind nur die Punkte, die 1, 2 und 4 erfüllen. Los geht's. Die erste Faktorkombination, bei der unser Gleichungssystem hier unten gleich 0 wird, wäre zum Beispiel µ1 gleich 0 und µ2 gleich 0. Siehst du das? Wenn beide Faktoren gleich 0 sind, 0 mal was auch immer, dann kommt tatsächlich 0 am Ende bei raus. Also Fall 1 wäre zum Beispiel, dass µ1 gleich 0 ist und µ2 ebenfalls. Durch diesen Ansatz ist Bedingung 5 erfüllt. Aber Bedingung 4 ist damit auch schon erfüllt, denn beide sind positiv oder größer gleich 0, sagen wir es mal so. Aber leider scheitert dieser Ansatz hier an der Gradientengleichung, an drittens. Denn wenn wir hier für µ1 und µ2 Nullen einsetzen, dann bleibt er lediglich über der Vektor 1, 5, ist gleich auf der anderen Seite 0, 0. Aber weder 1 ist 0, noch 5 ist 0. Einer der beiden Widersprüche hätte uns schon ausgereicht, um zu sagen, nein, dieser Fall liefert uns keinen KKT-Punkt. Es ist nicht möglich, alle 5 Bedingungen zu erfüllen. Aber es macht ja nichts. Wir haben noch ein paar andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir auch, ja, die Reihenfolge kannst du auch selber bestimmen, µ1 und diese Klammer hier miteinander kombinieren. Die beiden könnten doch auch 0 sein. Fall 2. Wenn jetzt µ1 gleich 0 ist, ist diese obere Gleichung erfüllt. Und wenn die Klammer 0 ist, also wenn y gleich minus 4 ist, dann ist die untere erfüllt. Das heißt, durch diese Setzung hier können wir unsere fünfte Bedingung schon mal abhaken. Die vierte leider noch nicht komplett, denn wir wissen ja noch nicht, was das zugehörige µ2 ist. Macht aber nichts. Lass uns diesen Ansatz, wie immer, hier in diese Gradientengleichung einsetzen. Mal gucken, was passiert. Dann haben wir den Vektor 1, 5. µ1 wird zu 0, den können wir streichen. Plus µ2 mal 0, 1 ist gleich 0, 0. Und vielleicht siehst du daran schon, dass es auch hier einen Widerspruch gibt. Du kannst das natürlich in zwei verschiedene Gleichungen aufschreiben. Mach das mal vielleicht zum Training. Die obere wäre 1 plus 0 mal µ2, also plus nichts, ist gleich 0. Da steckt der Widerspruch. Und die zweite wäre, naja, nicht, dass die jetzt noch wichtig wäre, 5 plus 1 mal µ2 gleich 0. Kann man tatsächlich nach µ2 umstellen. Aber schau mal, µ5, dann müsste ja µ2 negativ sein. Also irgendwie beißt sich das an allen Ecken und Enden. Fall 2 liefert uns auch keinen KKT-Punkt. Nicht schlimm. Machen wir weiter mit dem dritten Fall. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch diese beiden Faktoren miteinander kombinieren. Fall 3. Da könnten wir die Klammer 0 setzen. x² plus y² minus 25 gleich 0 und µ2 zu 0 setzen. So, wenn wir diesen Ansatz jetzt in unsere Gradientengleichung einsetzen, so wie wir es immer machen, dann bekommen wir den Vektor 1,5 plus µ1, wird ja diesmal nicht zu 0, mal 2x2y, plus, und ja, µ2 ist 0, also plus, da kommt nichts mehr hinten dran, ist gleich der Vektor 0,0. Lass uns mal diese beiden Gleichungen genauer aufschreiben und dann unter Zuhilfenahme dieser Voraussetzung hier diese Gleichungen lösen. Also genau wie eben können wir die obere und die untere Gleichung einzeln aufschreiben. Wir haben 1 plus µ1 mal 2x gleich 0 und die untere ist 5 plus µ1 mal 2y gleich 0. Okay, interessant. Es ist auf jeden Fall möglich, wenn wir drei Gleichungen und drei Unbekannte haben, das irgendwie zu lösen. Zum Beispiel könnten wir das µ1 eliminieren oder das x oder y, was auch immer du möchtest. Mein Gefühl sagt, lass uns das µ1 eliminieren. Zum Beispiel wie beim Lagrange-Verfahren mit dem Additionsverfahren, indem wir einfach sagen, hier Gleichung 1, Gleichung 2, wo wir jetzt nicht durcheinander kommen, hier mit Römisch 1, 2, indem wir einfach jeder Gleichung oder jedem Term, jedem µ-Term, das geben, was ihm fehlt. Beide haben Sinne 2, aber der obere hätte gerne das y von hier unten und der untere hätte gerne das x von da oben. Geben wir denen das doch. Der ersten geben wir, was sie möchte, das y und der zweiten geben wir, was sie möchte, das x. Und dann müssten ja beide gleich sein. Wenn wir hier noch ein y dranhängen und hier ein x, dann sehen die ja komplett gleich aus. Wenn wir sie voneinander abziehen, dann fällt dieses µ weg. Und was bleibt über, wenn wir diese Rechenanweisung mit dem Rest ausführen? Die erste Gleichung mit y minus die zweite mit x. Okay, ist ja ein Kinderspiel. Schau mal. y gleich 5x. Diesen formalen Zusammenhang, den können wir benutzen, denn der muss gelten. Sobald der gilt, haben wir unsere dritte Gleichung mit erfüllt. Aber damit noch nicht genug. Wir hängen ja immer noch an dem Term dort oben. Wenn wir das jetzt noch hier einsetzen, dann haben wir nicht nur Gleichung 3 erfüllt, sondern auch gleichzeitig noch diese Bedingung 5. Also du musst wirklich darauf achten, jede einzelne Bedingung zu erfüllen. Trotzdem ist die Grundidee, du fängst mit fünftens an und setzt jeden einzelnen Fall hier in drittens ein. Und dann formulierst du das Ganze noch so lange um, setzt es ineinander ein, fest es zusammen, setzt es ineinander ein, bis am Ende x, y, µ1 und µ2 feststehen. Und dann kannst du eindeutig sagen, x, y hier oben eingesetzt, wahre Aussage oder nicht, und die µs überprüft, wahre Aussage oder nicht. Und dann weißt du, ja, KKT-Punkt oder nein, kein KKT-Punkt. Gut, los geht's. Wir setzen für y 5x ein. Das bedeutet, wir haben x² plus, und jetzt muss dieser Term quadriert werden, ja, Potenzgesetz, jeder Faktor darf einzeln quadriert werden, 25x² minus 25 gleich 0. Schau mal, Kinderspiel. Die beiden zusammen ergeben nämlich 26x², dann ziehen wir ruhig diese 25 auf die andere Seite rüber. Und jetzt müssen wir nur noch teilen durch 26 und zu guter Letzt noch die Wurzel ziehen. Das bedeutet, wir bekommen erst einmal zwei verschiedene Lösungen raus, denn das x kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Durch das Quadrat kann da jeweils wieder etwas Positives bei rauskommen. Also die Wurzel aus 25, 26. Oder wenn du das noch ein bisschen schöner schreiben möchtest, Potenzgesetz, wir dürfen ja die Wurzel aus Zähler und Nenner einzeln ziehen, aber ich glaube, dann reicht es auch mit dieser ganzen Spielerei. Das wäre ein x-Wert. Und der zugehörige y-Wert, der ist einfach nur 5 mal so groß. Also y ist gleich plus, minus 25 mal, oder durch, Wurzel aus 26. Jetzt müssen wir mal kurz drüber nachdenken, was wir denn eigentlich hier schon gemacht haben. Ist das hier denn wirklich eine Lösung? Zumindest ist Bedingung 5 erfüllt. Denn wir haben jede dieser Bedingungen verwendet. Bedingung 3 ist erfüllt. Wir haben das Ganze eingesetzt und diesen Zusammenhang benutzt. Sobald wir den benutzen, ist ja Gleichung 3 oder Bedingung 3 erfüllt. Den haben wir oben eingesetzt und sind damit auf eine Lösung gekommen. Eine vermeintliche. Damit haben wir schon mal drittens und fünftens abgedeckt. Gut, erstens ist es automatisch erfüllt. Gibt es ja nicht. Aber zweitens und viertens, die haben wir noch nicht überprüft. Also wir wissen noch nicht, ob das, was wir gerade ausgerechnet haben, auch tatsächlich ein KKT-Punkt ist. Okay, kein Problem. Lass uns doch einfach mal das Ganze hier einsetzen. Zum Beispiel hier. Um µ rauszubekommen, um dieses µ1 rauszubekommen, könntest du von mir aus diese erste Gleichung nach µ1 umformen oder die zweite nach µ1. Machen wir es mal mit der ersten. Ich überlege gerade, wo ich noch Platz habe. Vielleicht schreibe ich das einfach mal schön mit einer anderen Farbe hin, weil es so wichtig ist, hier dazwischen. Diese erste Gleichung hier, nach µ1 umgeformt, lautet ja dann einfach nur ja, minus 1 gerechnet, geteilt durch 2x. Wir dürfen durch x teilen, da ja x jetzt nicht 0 ist. x ist ja plus minus irgendein Term, also nicht 0. Deswegen dürfen wir da durch teilen. Minus 1 geteilt durch 2x. minus 1 durch 2x. Alles klar? Und wenn wir jetzt diesen x-Wert hier einsetzen, naja, dann sehen wir schon direkt dran, dass wir, wenn wir den positiven Wert einsetzen, dann wird ja das gesamte µ negativ sein. Also diese plus 5 durch Wurzel 26 und demzufolge auch plus 25 durch Wurzel 26. Das kann schon mal kein KKT-Punkt sein, denn sobald wir die positiven Ergebnisse nehmen, wird dieser µ-Wert negativ, und viertens ist nicht erfüllt. Auch schon mal interessant. Wenn wir aber diesen negativen Wert hier einsetzen, haben wir minus minus, wird zu einem Plus. Interessiert mich auch gar nicht so genau, was dieser µ-Wert am Ende ist. Ich will nur wissen, ist der positiv oder nicht. Und ja, das ist er. Siehst du das? Wenn wir diesen negativen Wert einsetzen, kommt da was Positives raus. Sprich, es bleibt nur die Minuslösung über. Und wenn wir diesen x- und y-Wert betrachten, diese Kombination, haben wir Bedingung 5 erfüllt, Bedingung 3 erfüllt, und jetzt haben wir gerade überprüft, sogar Bedingung 4 haben wir erfüllt. Das Einzige, was noch überbleibt, ist, handelt es sich hier tatsächlich um zulässige Punkte? Naja, wenn wir davon ausgehen, x² plus y² minus 25 gleich 0, wenn wir das verwenden, dann ist ja h1 automatisch schon erfüllt. Aber wie sieht es mit h2 aus? Der y-Wert plus 4 muss kleiner gleich 0 sein oder der y-Wert muss kleiner gleich minus 4 sein? Ja, das ist er. Minus 25 durch Wurzel 26 ist kleiner als minus 4. Woran du übrigens auch gesehen hättest, dass der Pluswert nicht zur Lösung gehören kann. Kein KKT-Punkt sein. Denn, ja, dadurch ist nämlich diese primale Zulässigkeit verletzt gewesen. Also, du siehst schon eine ganze Reihe von Bedingungen, die du nacheinander überprüfen musst. Trotzdem ist die Vorgehensweise immer gleich. Du beginnst mit 5. Wirst dann alle Punktepaare in 3. einsetzen und weitestgehend das Ganze ausrechnen. Am Ende noch überprüfen, ob das Ergebnis primal und dual zulässig ist. Aber dann haben wir es geschafft. Das hier ist tatsächlich ein KKT-Punkt. Unser vierter und letzter Fall geht jetzt aber vergleichsweise schnell. Denn die einzige Kombinationsmöglichkeit, die wir noch nicht betrachtet haben, ist, dass diese Klammer und diese Klammer hier beide gemeinsam 0 werden. Auch dann wäre Bedingung 5 erfüllt. Also, wenn x² plus y² gleich 25 ist und wenn y gleich minus 4 ist. Ich habe das gleich mal umgestellt. Das heißt, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist einfach diesen y-Wert hier einzusetzen und dann das Ganze nach x umzustellen. Minus 4² ist eine 16 und wenn wir die 16 gleich rüberziehen, haben wir auf der anderen Seite eine 9 stehen. Und jetzt noch die Wurzel ziehen, das heißt, wir haben zwei mögliche Lösungen für x, plus oder minus 3. Sprich, wir haben jetzt zwei neue potenzielle Kandidaten für KKT-Punkte. 3 minus 4 wäre ein Punkt und minus 3 minus 4 wäre ein anderer Punkt. Wir müssen jetzt aber noch darauf achten, dass die anderen Bedingungen erfüllt sind. Klar, die Restriktionen hier oben, die sind alle erfüllt, denn wir haben ja hier genau den Istgleichfall. Das Einzige, was wir jetzt noch erfüllen müssen, wäre Gleichung 3 oder Bedingung 3, diese beiden Gleichungen hier und Bedingung 4. Und genau wie wir es immer machen, wir setzen das, was wir uns hier in fünftens überlegt haben, einfach in diese Gradientenbedingungen ein. Daran ändern wir nichts, selbst dann nicht, wenn wir jetzt schon direkt diese vermeintliche Lösung rausbekommen haben. Denn irgendwie müssen wir ja an die Müs rankommen und die stecken nun mal in diesen beiden Gleichungen drin. Also lasst uns diese beiden Gleichungen auch direkt aufschreiben, nicht mehr in Vektorschreibweise. 1 plus µ1 mal 2x, also plus minus 6, plus 0 mal µ2 ist gleich 0. Und die zweite Gleichung, 5 plus µ1 mal µ2y, also mal minus 8 plus µ2 ist gleich 0. Alles klar, dieses kleine Gleichungssystem bleibt über. Das können wir schnell nach µ1 beziehungsweise µ2 umstellen und dann direkt überprüfen, ob die beiden Müs positiv sind oder ob zumindest einer vielleicht nicht positiv ist oder beide nicht, wie auch immer. Schau mal hier oben, dieses µ1, das hat doch nur dann ein positives Ergebnis, wenn wir den Fall µ6 nehmen, damit wir dann rechnen könnten µ6 µ1 geteilt durch 6. Also dieser Plusfall hier, das kommt nämlich hier von dieser µ3, der liefert uns nur ein negatives µ. Und damit kann das hier µ3 µ4 kein KKT-Punkt sein. Bleibt also nur noch über µ3 µ4, also dass wir hier haben 1 minus 6 µ1 oder umgestellt µ6 µ1 durch 6, dann haben wir µ1 gleich 1 Sechstel. Das ist ein positiver Wert, das funktioniert. Und wenn wir den jetzt hier unten einsetzen, dann haben wir 5 minus 8 mal 1 Sechstel, können wir beide durch 2 kürzen, also 4 Drittel, plus µ2 gleich 0. Und schau mal, das müssen wir jetzt gar nicht mehr im Detail bis zum Ende durchrechnen, ich weiß genau, dass das hier immer noch eine positive Zahl ist. Sprich, µ2 muss was Negatives sein, damit hier ein 0 bei rauskommt. Also egal, wie wir uns drehen und wenden, diese beiden Punkte hier können auf keinen Fall KKT-Punkte sein, weil sie Bedingung 4 verletzen. Und damit haben wir einen einzigen KKT-Punkt rausbekommen und das war gerade in Fall 3. X ist minus 5 durch Wurzel 26 und Y ist das Fünffache davon. Das große Problem, vor dem wir jetzt stehen, ist, dass wir dieses Ergebnis, das wir ausgerechnet haben, diesen Karusch-Kuntaka-Punkt, nur sehr, sehr schwer interpretieren können im Allgemeinen. Weißt du noch, im letzten Video, als ich dir gesagt habe, dass es so einen Zusammenhang gibt zwischen der Lösung eines Problems und den KKT-Bedingungen, also ob ein Punkt diese Bedingungen erfüllt, die wir gerade überprüft haben. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt, dass eine Lösung immer auch ein KKT-Punkt ist. Aber das gilt nicht immer, sondern nur, wenn dieser Lösungspunkt regulär ist, also eines von verschiedenen Kriterien erfüllt. Das ich dir auch gerne nochmal in einem anderen Video zeige, wenn du das möchtest. Wenn jetzt also gelten würde, dass unser Problem überhaupt eine Lösung hat, was wir nicht wissen, aber angenommen, es hätte eine Lösung und nehmen wir weiter an, dass diese Lösung ein Regularitätskriterium erfüllt, was ja auch nicht klar ist, aber sollte das so sein, sollte es eine Lösung haben und diese Lösung regulär sein, dann müsste diese Lösung auch ein KKT-Punkt sein. Und da das hier der einzige KKT-Punkt ist, den wir ausgerechnet haben, müsste das hier auch die Lösung sein. Also vorausgesetzt, unser Problem hat eine Lösung und die Lösung ist regulär. Dann muss sie dieser Punkt hier sein. Aber dieses ganze wenn, vielleicht und dann und dann, du merkst schon, das ist sehr, sehr schwammig. Deswegen gibt es im Allgemeinen auch kaum eine gute Möglichkeit, das eindeutig zu bestimmen. Außer, es sind spezielle Voraussetzungen erfüllt, wie zum Beispiel die Slater-Bedingungen. Slater sagt jetzt, wenn wir uns in einem konvexen Problem befinden und ja, das tun wir, das zeige ich dir gleich noch. Wenn wir uns in so einem konvexen Problem befinden, wenn diese Bedingungen hier erfüllt sind, dann müssen wir uns nur lediglich irgendeinen Punkt ausdenken. Vollkommen egal welchen, irgendeinen Punkt aus unserem zulässigen Bereich. Also irgendeinen Punkt, der all diese Nebenbedingungen hier erfüllt. Aber wichtig, diese nicht affinen Ungleichungsrestriktionen, also die Ungleichungsrestriktionen, bei denen die Funktion sowas hat wie x², Wurzel, xe hoch xlnx, also die nicht linear sind, nicht affin sind, die müssen strikt erfüllt sein. Also wenn wir uns jetzt irgendeinen Punkt ausdenken könnten, der die beiden erfüllt und die obere sogar strikt, also dass da nicht gleich 25 bei rauskommt, dann gilt in einem konvexen Problem, dass absolut jeder Punkt, der hier zulässig ist, jeder einzelne, ein regulärer Punkt ist. Und damit würde gelten, was wir gerade eben besprochen haben und unser KKT-Punkt müsste eine Lösung des Problems sein. Aber weißt du was? Du brauchst die Slater-Bedingung hier gar nicht. Ich habe sie nochmal mit aufgeführt, weil sie ja manchmal in der Klausur gefragt wird, wenn du die Slater-Bedingung behandelt hast, aber du brauchst sie nicht. Es reicht vollkommen aus, die Konvexität des Problems zu überprüfen. Denn solltest du dich mal in einem konvexen Problem befinden, sollten diese drei Bedingungen hier erfüllt sein, dann gilt, dass ein KKT-Punkt auch immer gleich eine globale Lösung ist. Also diese KKT-Bedingungen sind hinreichende Bedingungen für ein Extremum. Und das kannst du ziemlich einfach überprüfen. Denn die Zielfunktion, die ist auf jeden Fall konvex. Bei uns ist sie sogar linear. Siehst du das? Und lineare Funktionen sind sowohl konvex als auch konkav. Also check, diese Bedingung ist erfüllt. Alle nicht affinen Ungleichungsrestriktionen nicht affin sind eben die mit Quadratwurzel E, L, N und so weiter. Die müssen ebenfalls konvex sein. Und X² plus Y² minus 25, wenn man so rüberzieht, dieses H1, das ist konvex. Das kannst du gerne überprüfen, indem du es dir mal aufzeichnest. Das ist so ein Paraboloid. Du könntest aber auch ganz einfach nur eine kleine Rechnung durchführen. Wenn du den Gradienten bestimmst von H1, also die partiellen Ableitungen nach X und nach Y, haben wir 2X, 2Y. Hatten wir ja vorhin schon. Und wenn du jetzt noch einen Gradienten drauf anwendest, also die Hesse-Matrix berechnest, dann müsstest du den da oben nach X ableiten und dann noch den da oben nach Y ableiten. Den unteren nach X und den unteren nach Y. Siehst du das? Diese Hesse-Matrix ist positiv definiert. Schau dir gerne nochmal die Videos zur Definitheit an. Habe ich dir ein paar ziemlich coole Tricks bereitgestellt, mit denen du das ohne große Rechnung sofort überprüfen kannst. Aber diese Matrix ist positiv definiert. Auf der Hauptdiagonale haben wir die Eigenwerte stehen bei der Diagonalmatrix, die sind positiv. Aber lass uns das an der Stelle nicht weiter vertiefen. Wenn du eine positiv definierte oder es reicht sogar positiv semi-definierte Hesse-Matrix hast, dann ist die Funktion konvex. Also, unsere Nebenbedingungen H1, diese nicht-affine Ungleichungsrestriktion hier, die ist konvex. Also auch dieser Punkt ist erfüllt. Und alle anderen Restriktionen, ob es nun Gleichungs- oder Ungleichungsrestriktionen sind, die müssen affin sein. Und schau mal, die untere, die ist affin. Also linear, mit der hoch 1 und so weiter und so fort. Nur eben, dass da noch eine Zahl stehen darf. Das heißt eben affin. Das ist kein Problem, wenn da mal keine 0 steht, sondern eine minus 4 von mir aus. So, diese drei Dinge sind erfüllt. Deswegen haben wir ein konvexes Problem. Und deswegen können wir sofort sagen, ohne diese Slater-Bedingung, dass ein Karusch-Kuntaka-Punkt immer gleich eine globale Lösung ist. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.